um einen top schaum zu bekommen ist natürliche schütteln unumgänglich das kann sein dass man drei viermal nur schütteln muss das kann aber auch sein dass bei gewissen schäumen 10 12 14 mal ihr richtig kräftig schütteln solltet um einen top schaum zu bekommen aber hier tastet euch hin fangt lieber mit bisschen weniger an und dann könnt ihr nach und nach noch mal ein bisschen schütteln um euer gewünschtes ergebnis zu erzielen das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com